Was ist das, was ich anfange? Insgesamt, was wir bei Novartis versuchen, ist ein integrierter Ansatz, Ethik, Risikomanagement, Compliance, als Teile einer Unternehmensstrategie, wo eine Säule heißt, ausdrücklich heißt, Vertrauen der Gesellschaft wiedergewinne. Und man hört immer auf Konferenzen natürlich sehr blank geputzte Vorträge und Slides und alle wollen das Beste darstellen. Als Novartis, und ich bin ja vor drei Jahren dort in die Geschäftsleitung, in den Vorstand eingetreten, kommen wir aus einer Vergangenheit, sind ja einige Schweizer auch hier, die das Unternehmen vielleicht besonders gut kennen, wo das Unternehmen immer eine sehr hohe Anerkennung aufgrund der wissenschaftlichen Leistungen hat. Eines der großen wissenschaftlichen Powerhouses in der Pharmazie, in der Research and Development, die Unternehmenskultur hat damit aber nicht Schritt gehalten. Das sagen auch sehr viele Mitarbeiter, selbst mit denen man redet. Sehr hierarchisch strukturiert, eine sehr starke Performancekultur, wenig Speak-up-Freiräume. Und das ist natürlich auch dann eng verbunden mit den Themen, die sie alle auch, uns alle auch bewegen. Ein Indiz ist ja auch dann die Frage, wie werden Whistleblower-Hotlines genutzt? Dann macht man es anonym und offen. Ich habe ja dazugehört, den Dialog, den Sie mit Frau Blumer vorhin hatten, sehr interessant. Und das ist eine Reise, also eine Kultur ändern Sie ja nicht von heute auf morgen. Jeder, der Ihnen dann verspricht, das hört man ja oft, wenn ein Unternehmen durchsucht worden ist, dann vier Wochen später heißt, wir haben uns geändert, wir sind ein neues Unternehmen. Das ist auch nicht sehr intelligent, so etwas zu sagen, weil man weiß ja auch, das ist ein jahrelanger Prozess, der wahrscheinlich auch gar nicht jemals abgeschlossen sein kann. Weil wir entwickeln uns ja in der Gesellschaft, als Teil der Gesellschaft mit der Gesellschaft. Mit der Gesellschaft, vielleicht noch ein anderes Thema, weil der Leisering freundlicherweise auch mein Engagement außerhalb von der Wartes erwähnt hat. Was immer noch ein bisschen seltsam ist, ist, dass wenn man auf internationalen Gremien, Vereinten Nationen, OECD, B20, auftritt, als Unternehmensvertreter, man trifft immer noch diese Auffassung, hier ist die Gesellschaft, die Civil Society, dann sind die Regierungen und dann sind irgendwo die Unternehmen. Und ich glaube, was wir alle versuchen müssen, auf eine sehr ehrliche Weise, auch mit Anerkennung unserer Fehler und unserer Rückschläge, dass wir als Unternehmen Teil der Gesellschaft sind. Wir repräsentieren einen ganz, ganz großen Teil der Gesellschaft mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Wertschöpfungsketten, die auch viele Herausforderungen mit sich bringen. Lieferkettengesetz ist ja ein aktuelles Thema, Menschenrecht, auch darauf gehe ich ein. Aber ich denke, wir müssen, das versuche ich, wirklich seit Jahren, aber es ist schwierig, diesen Kram zu überwinden. Hier ist die Wirtschaft und die ist getrennt von der Zivilgesellschaft. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Anspruch, an den wir uns stellen sollten. Ich würde jetzt einen größeren Bogen schlagen, erstmal zur Funktion ein bisschen. Das Unternehmen kurz vorstelle ich mit einem kurzen Video, es wirkt immer so ein bisschen marketingmäßig, aber es wird auch ganz nett zur Einstimmung, über die Funktion, dann nochmal zum Hardcore-Compliance-Management-System. Dann über die Menschenrechte sprechen, wenn wir über das Thema Risikomanagement sprechen. Wir sind ja für das Unternehmensrisikomanagement insgesamt verantwortlich. Dann auch über das Thema Speak-Up, das ist unsere, nennen wollen, Whistleblower-Systematik. Und dann abschließend unser neuer Ansatz und unseren neuen Ethikkodex, wenn wir mitten in der Pandemie auf den Weg gebracht haben und wo wir zwei Grundsätze uns zu Herzen genommen haben. Wir wollen ihn mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestalten, also Co-Creation. Und wir wollen ihn auf verhaltenswissenschaftlichen Grundsätzen basieren. Ich bin kein Verhaltenswissenschaftler. Ich habe da eine große Lernkurve selbst gemacht. Aber das ist so ein bisschen der Abschluss, bevor wir dann in eine offene Fragerunde gehen, aber gern dazwischen auch schon die Fragen stellen. Ist das okay? Ja. Ich bin kein Verhaltenswissenschaftler. Untertitelung des ZDF, 2020 Die pharmazeutische Industrie war in den 70er, 80er Jahren die angesehenste Industrie. Bis vor der Pandemie war sie ganz unten in der Skala der Reputation. Ich glaube, davor kamen eigentlich nur noch Regierungen und dergleichen, aber ganz, ganz unten auf der Skala. Was ist passiert? Das ist jetzt ein sehr emotionaler Clip gewesen, was viele sagen, das ist so ein Marketing-Gag. Aber es ist eine unglaublich interessante Situation im pharmazeutischen Unternehmen. Sie haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unglaublich motiviert sind. Das ist ein gutes Purpose, weil es gibt keine Industrie, die näher Menschen ist als unsere Industrie. Und sie haben ein tiefes Misstrauen der Gesellschaft, der Behörden gegenüber der Industrie, in der Art, wie wir Medizin zu den Menschen bringen. Unsere Geschäftsmodelle, die Margen, die Gewinne, die erzielt werden in den letzten Jahrzehnten, auch die Art, wie es Unternehmen aufgetreten sind. Das hat sich jetzt in der Pandemie natürlich etwas geändert. Wenn man sich die Ratings, Edelmann Trust Barometer und dergleichen anschaut. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen eine Scheinsicherheit, weil vielleicht hat sich das Vertrauen in die Wissenschaft verändert. Nicht das Vertrauen in die Industrie. Das muss man genau beobachten. Weil die großen gesellschaftlichen Fragen, Zugang zu Medikamenten, zu bezahlbaren Preisen, Diversität in den klinischen Versuchsreihen, die sind natürlich weiterhin da. Und darum, und das vorangestellt, diese Industrie ist voller ethischer Dilemmas. Voller. Da können Sie gar nicht ausweichen. Und ich habe in meinem früheren Leben gesagt, ich bin Chief Compliance Officer und Ethik, ich will auch den Titel gar nicht haben, dem können Sie in der pharmazeutischen Industrie gar nicht ausweichen. Wenn Sie das Thema der ethischen Dilemmas, nicht der Lösung der Dilemmas, nicht aufgreifen, dann wird man das Vertrauen, das man verloren hat, über viele Jahre nicht zurückgewinnen. Aber eins kann ich Ihnen sagen, man kann diese Industrie und muss ja auch kritisieren und challengen. Aber was man der Industrie, das war für mich auch ein Grund, dorthin zu gehen, nicht nehmen kann, ist dieser große, große Auftrag, dass man die Industrie ist, die am nächsten an der Gesundheit und der Menschen dran ist. Und das hat die Pandemie, glaube ich, auch gezeigt, wie wichtig das ist. Und darum auch ist im Mittelpunkt des Unternehmens rund 108.000 Mitarbeiter in 140 Ländern weltweit, eines der größten pharmazeutischen Unternehmen, die es auf dieser Welt gibt, ist das Thema Research and Development auch ganz im Zentrum. Über 30.000 Vollblutwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen wir weltweit. 8 bis 9 Milliarden unseres Umsatzes geht in die Forschung und in die Entwicklung. Ein Medikament zu entwickeln dauert etwa 10 bis 15 Jahre. Das ist der Zeitraum, wo man als Management, als Vorstand sich Gedanken machen muss, wie plane ich das. Zeitgleich veröffentlichen wir jedes Quartal Quartalszahlen und werden daran gemessen. Sie sehen so ein bisschen dieses Dilemma zwischen Transparenz, ist ja auch eingefordert, ist gut. Als Börsen ist es ein Unternehmen, ein Vierteljahresrhythmus und ein 10 bis 15 Jahreszeitraum, wie entwickle ich meine Medikamente. Und das meiste scheitert. In Wissenschaft können Sie nicht zwingen. Dass wir Covid-Impfstoff haben, ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, das mit vielen glücklichen Zufällen zusammenhängt. Sie können Wissenschaft nicht zwingen. Vieles scheitert. Das ist ein Auf und Ab der Emotion. Und ich kann sagen, die Leute in den Forschungsteams, die sind tief zerstört und weinen, wenn die Studie am Ende eben nicht das Ergebnis bringt, um das Medikament in der Forschung und Entwicklung weiter voranzubringen. Das sind tief emotionale Themen. Daneben ist in allen Bereichen der Pharmazie tätig, ob das im Krebsbereich ist, in Zell- und Gen-Therapie, wo wir doch die Pioniere weltweit eigentlich sind, im Bereich Herz-Kreislauf-Krankheiten, Allergien, alles, was es gibt. Ein sehr breites Portfolio. Rund 108.000 Mitarbeiter über 140 Länder weltweit. Die Funktion selbst ist sehr jung. Ethik, Risikomanagement und Compliance. Es gab eine Compliance-Funktion. Es gab auch viele Compliance-Skandale in dem Unternehmen. Und wir haben dann 2018 und hat das Unternehmen, bevor ich kam, eine Entscheidung getroffen, die ich unglaublich mutig fand. Wir wollen einer Vision hinterhergehen. Wir wollen das Thema Ethik, Risikomanagement und Compliance zusammenführen. Aus diesen Silos, die Unternehmen ja oft sind, zusammenführen. Und diese Reise natürlich, die ist nicht abgeschlossen. Wir haben das Thema Menschenrechte aus der Ecke, wo es meistens in Unternehmen sitzt, rausgeholt, unsere Organisation rein. Wir haben das Thema Drittparteien-Risikomanagement, das im Procurement gewesen ist, auch sehr versteckt in den Bereich mit reingenommen. Wir haben ein komplett neues Risikomanagement aufgesetzt. Dazu sage ich noch was. Risikomanagement ist ein wunderbarer Kanal, wenn man ihn nutzt, um nah ins Geschäft zu kommen. Leider ist Risikomanagement in den meisten Unternehmen nicht wohl gelitten, ist als Bürokratie verschrien. Und wenn Sie mal einen Praxistest machen, dann schauen Sie mal, ob der Strategiechef mit dem Leiter Risikomanagement oft spricht oder nicht. Meistens mögen die sich nicht besonders, weil da die Emotionen etwas unterschiedlich verteilt sind. Dazu werde ich was sagen. Ein Operating Model, was man, glaube ich, auch von einer guten Organisation schaffen muss, auf die Beine gestellt und den neuen Ethik-Kodex. Und es geht weiter, weil je mehr Sie diese Idee der Assurance-Funktion haben, die viele Bereiche aussteuert im Unternehmen und das auch ganz ordentlich machen, desto mehr natürlich kommt die Frage, könnt ihr das nicht auch entsprechend bei euch übernehmen und eingliedern. Es ist komplett getrennt von der Rechtsfunktion, also der General Counsel, Karen Hale, ist eine Kollegin von mir im Vorstand. Also Recht und Ethik-Risikomanagement-Compliance sind komplett getrennt. Wie sieht das aus? Wir haben rein jetzt von den Zahlen her rund 560 Kolleginnen und Kollegen weltweit, vorwiegend in den Ländern natürlich. Das ist bei Ihnen ja nicht anders. Die Leute arbeiten an der Front. Wir folgen vom System, den Geschäftseinheiten, vor allem Onkologie, Sandus, unsere Generika-Spatte, dann die anderen Funktionen. Und wir haben enge Zusammenarbeit mit den Corporate-Funktionen. Und die gesamten Risikobereiche im Unternehmen sind nur ein paar aufgeführt, gibt mehr, die berichten auch alle in die Funktionen entsprechend hinein. So ist unser Setup entsprechend global. Natürlich haben wir massiv Ressourcen im Thema drin. Das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich eine Compliance-Vergangenheit haben. Wir haben letztes Jahr im Sommer alle wesentlichen Alt-Compliance-Fälle mit den Behörden, insbesondere in den USA, beilegen können. Die gehen teilweise lang zurück. Aber es ist natürlich Aufgabe eines neuen CEO, Vazner Ossimham, der sehr, sehr passionate für das Thema auch ist und des neuen Vorstandes, diese Alt-Themen zu erledigen, aus ihnen zu lernen. Und wir haben keinen Monitor nach den FCPE-Settlements, aber wir sind unter aller Selbstberichtsverpflichtung. Ich war erst gerade im Juli meine erste Reise nach der Pandemie in den USA und habe dann DOG und SSE im Detail im FBI vorgetragen, wo stehen wir in unseren Bemühungen. Von der Strategie her, die drei Bereiche, wie passen die eigentlich zusammen? Das ist die Credo, die Grundfrage für uns. Wir glauben, dass es anfängt, uns in der Pharmazie vielleicht besonders augenscheinlich mit den ethischen Fragestellungen. In welchem Bereich bewege ich mich da eigentlich? Und es gibt oft keine einfachen Antworten darauf. Das sollte den Rahmen setzen in der Theorie für das Unternehmensrisikomanagement. Weil wenn ich meinen Risikoappetit bestimme, diskutiere, dann ist die Frage, wonach richte ich mich da eigentlich aus? Da glauben wir, dass das eigentlich nicht getrennt ist. Jetzt ist es nicht so, dass wir die ethischen Unternehmen sind. Wir sehen uns da als Katalysator. Was das heißt, darauf komme ich nachher noch. Und dann basierend auf einem ganzheitlichen Risikomanagement-System gute Compliance-Mechanismen. Was heißt gute Compliance-Mechanismen? Das wissen Sie alle. Das ist eine lange Diskussion, viele Jahrzehnte jetzt, einige Jahrzehnte. Möglichst wenig bürokratisches Monster mitnehmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einfügung in die Geschäftsprozesse. Dass es nicht als Doppelarbeit angesehen wird. Gleich gesagt, sehr schwierig zu tun. Das wissen wir alle. Und vor allem in regulierten Industrien wie der unseren, aber auch in der Finanzbranche natürlich. Wir sind komplett durchreguliert. Also alles, was wir tun, von Forschung, Entwicklung über das Herstellen unserer Medikamente bis hin zum Vertrieb, ist alles komplett durchreguliert. Das heißt, die Herausforderung dort, nicht ein bürokratisches Monster auf die Mitarbeiter loszulassen, ist natürlich noch höher. Und mit den Settlements im Rücken und der Gefahr, bin ich dann ein Wiederholungstäter, wenn wieder was passiert. Es passiert immer was natürlich in großen Unternehmen. Umso mehr eine sehr spannende und schwierige Herausforderung. Wir haben dann die Programme definiert. Wie lässt sich das zuordnen? Embed Essex. Darauf gehe ich nachher noch am Schluss entsprechend ein. Das Thema Menschenrechte ist eines der großen, großen kommenden Themen für die Unternehmen. Und bitte, bitte unterschätzen Sie das nicht. Wir haben eigentlich, was die Korruptionsbekämpfung angeht, viel Terrain verloren. Weil wir das Thema viel zu spät in den 90er, 80er, 90er Jahren aufgenommen haben. Wir sind als Unternehmen eigentlich den Gesetzgebern nur hinterhergelaufen. Und dann gab es die ganzen Untersuchungen und Fälle. Und die Gesellschaft hat gesagt, die Unternehmen, die packen, die verstehen es einfach nicht. Und es war ein mühseliger Prozess, bis wir jetzt endlich als Unternehmen dort im Bereich der Antikorruptionscompliance sind. Und wir haben einen ganz guten Stand erreicht, würde ich sagen, als Unternehmen insgesamt. Bei den Menschenrechten darf uns das nicht passieren. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Viele Herausforderungen, gerade in der globalen Lieferkette, wenn diese Anforderungen kommen. Sie müssen wissen, der zweite, dritte in der Lieferkette, den müssen Sie auch kennen. Und screenen ist da gar nicht möglich. Aber es muss ein Dialog sein, den wir führen, der davon geprägt ist, dass das ein gemeinsames Thema der Gesellschaft ist. Und wir sind Teil der Gesellschaft. Also wir dürfen uns beim Thema Menschenrechte diesmal nicht in die Ecke drängen lassen. Das sind die Unternehmen, die blockieren, die das Thema nicht wollen. Wir müssen einen ehrlichen Dialog führen, auch sagen, was wir nicht leisten können. Wir sind keine Regierungen. Und Regierungen müssen einen Rahmen für die Menschenrechte setzen. Aber wir haben eine Pflicht, als Unternehmen auch den UN-Guiding Principles entsprechend zu folgen, die zu implementieren. Und das Thema, was natürlich heute auch und gestern in Ihrem Zentrum steht, das Thema Speak-up-Culture, was wir so ein bisschen auch psychologische Sicherheit übersetzen. Das können wir noch eingehen. Im Bereich Risikomanagement eigentlich drei Teile. Das Enterprise Risk Management quer durch alle Funktionen und Geschäfte, komplett. Und dann verbunden damit haben wir gesagt, wir brauchen, das hat komplett dezentralisiert bei Novartis, ein gutes Policy- und Kontrollmanagement. Das internes Kontrollsystem und das Managen aller Unternehmens-Policies und Richtlinien haben wir auch bei uns entsprechend verankert. Weil es sehr gut zum Risikomanagement passt. Und dann der große Punkt, Third-Party Risk Management, darauf gehe ich noch gesondert ein, was eine, wie wir alle wissen, eine große Herausforderung ist. Dann hier das Compliance Management System, darauf gehe ich gleich kurz ein. Das Speak-up-Programm, was die operative Umsetzung der Speak-up-Kultur ist. Und dann ein Thema, was immer noch in einem reisen Unternehmen unterschätzt wird, nicht gemacht wird, weil die Ressourcen einfach nicht da sind. Das ist Monitoring und Remediation. Kontinuierliche Verbesserungen. Eins der Haupt, wirklich immer noch Gaps, die man sieht im Unternehmen, es wird untersucht, es wird getrainiert, es werden Sachen gemacht, aber nachher fehlt das Monitoring, es fehlt, was wir Remediation nennen. Remediation ist, nach dem, was passiert ist, das Nachverfolgen, das Klären mit dem Geschäft, haben wir die Lektion gelernt, haben die Systeme angepasst, können wir das Thema schließen. Es ist leider so, die Unternehmen, klar, zeit, tagesgetrieben, das Thema ist irgendwie erledigt, rechtlich geklärt, wir gehen einen Schritt weiter. Aber man muss die Sachen erstmal abschließen. Es ist ressourcenintensiv, aber es ist wert, das entsprechend zu investieren. Zum Compliance-Management-System, das ist jetzt für Sie natürlich nichts Neues und das sieht man auf allen Flyern auch hier im Raum. Prevent, Detect, Respond, das ist seit Jahrzehnten natürlich das Credo, auch entsprechend rennen. Was ich hier nur erwähnen wollte, den Rest, glaube ich, können Sie alles entsprechend zuordnen, ist, auch hier ist das Kulturthema und das Ethikthema. Ich komme darauf nachher zurück, wenn man diesen Bogen schließt. Ich kenne immer noch Compliance-Kolleginnen und Kollegen, die sagen, also in dem Thema Kulturethik will ich nichts zu tun haben. Ich sorge dafür, dass bestmöglichst, es passieren immer Unfälle, das wissen wir, die Gesetze eingehalten werden, das ist meine Ambition. Aber das langt nicht mehr aus, wenn wir als verantwortungsvoller Teil der Gesellschaft über die Zeit wieder aufgenommen und akzeptiert sein wollen. Das langt leider nicht mehr aus. Ich weiß, es ist schwer genug, diese wahnsinnige und immer ansteigende Flut von Gesetzen durch gute Systeme und IT-Systeme und Audits und Kontrollen zu versuchen, in den Griff zu bekommen. Aber selbst in diesem Erreichen langt es nicht aus, weil das ethische Dilemma, das nicht gesetzlich geregelt ist, haben Sie damit nicht erwischt. Und die Frage ist, wer kümmert sich darum, Unternehmen diesen Dialog zumindest zu führen. Das ist ein bisschen ein busy Slide, aber ich will damit in eins zeigen, zum Thema Messbarkeit. Wenn Sie mit Investoren reden, und ich bin alle zwei Wochen Investoren-Calls praktisch, mit Analysten reden, mit diesen berühmten Rating-Agencies reden. Die kennen das Thema ESG, die diese Ratings bestimmen, die dann von Investoren gekauft werden, die ihre Investorenentscheidungen daran entsprechend ausrichten. Und das Thema ist, wie messt ihr euren Fortschritt im Bereich ESG, im Bereich Compliance überall. Wir haben gesagt, wir haben als Unternehmen ja eigentlich eine Vielzahl von Daten, also eine Masse von Daten in den letzten Jahrzehnten gesammelt und generiert. Teilweise leider nicht clean, das sind leider keine sauberen Daten, aber man wird da besser als Unternehmen, die Systeme werden besser. Und aus diesen Daten, das ist jetzt der nächste Schritt der Compliance, der operationellen Compliance, geht es in die Messbarkeit. Und wir haben gesagt, wir definieren mal die operativen Compliance-Bereiche im Compliance-Risk-Management, im Policy-Management, im Training, Reporting-Investigation und Governance. Und suchen uns dort Key-Performance-Indicators, die berühmten Key-PRIs. Ich weiß, es ist ein Buzzword, aber jetzt sind es Datensätze. Also, werden die Policies in Ländern ausgerollt? Wann erfolgt das Training? Gibt es Ansprachen der lokalen Geschäftsleitung dazu? Wie sehen die Ordergebnisse aus? Wie sehen die Monitoringergebnisse aus? Was ergeben die Kulturumfragen des Unternehmens, die einmal einfließen lassen kann? Und wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auf der Grundlage von rund 160 Datenpunkten versucht, eine Messbarkeit des Systems zu starten. Und das ist interessant. Das ist nicht perfekt, aber es zeigt Ihnen schon Gaps und auch positive Highlights auf. Und das ist die Erwartung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die alle auf uns zukommen wird. Das Thema Messbarkeit ist die große Erwartung. Und es geht so weit, wir hatten einen großen Workshop mit einem der großen Investoren, Nordea aus Norwegen gehabt, norwegische Staatsfonds. Da haben wir als Unternehmen gemeinsam mit diesem Großinvestor überlegt, wie passt das rein? Was ist die Erwartung eines Investors? Was ist die Erwartung der Gesellschaft für eine ehrliche Messbarkeit von den Compliance-Daten? Transparency International UK treibt das sehr stark. Wir haben auch viel veröffentlicht dazu. Wenn Sie auf die Homepage gehen, da sind wir auch mit dabei. Ein Trend, den Sie hier nicht versäumen sollten. Man kann klein anfangen, aber die Frage der Messbarkeit, der Beweisbarkeit Ihrer Compliance-Efforts wird Sie hier erreichen. Neben der Messbarkeit darf man aber auch den Zugang zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht außer Betracht lassen. Ich habe gesagt, wir sind eine durchregulierte Industrie. Und wir hatten vor einigen Jahren wirklich ein Monster an regulierten Compliance-Vorgaben. Dezentralisiert, schwer erreicht. Und wir haben gesagt, wir wollen auf der operativen Ebene, zum Ethik-Kodex komme ich noch, auf der operativen Ebene der Compliance-Policies, die vielfältig sind. Da geht es um Verhalten zu den Patienten, Verhalten zu den Ärzten, zu den Public Officials. Wir brauchen die Regeln, wir fangen aber an mit Prinzipien. Wir fangen mit diesen fünf Prinzipien an und sagen, mit diesen fünf Prinzipien, bevor ihr eine Reise zu einem medizinischen Kongress für einen Arzt bezahlt, der dort auftritt, eine Rede hält beispielsweise wissenschaftlich fundiert, stellt euch mal entsprechend diese Fragen. Machen wir das wirklich aus dem Hintergrund einer Förderung, einer wissenschaftlichen Fortbildung? Oder hat es einen kommerziellen Hintergrund? Wenn wir eine Patientenorganisation unterstützen, ist das wirklich, um Einblicke zu bekommen, die leidende Patienten für unsere eigene Forschung, das wertvolle Rückmeldung sind? Oder ist das im Prinzip ein bereits Vorbereiten eines kommerziellen Launches, eines Produktes? Und das ist auch nicht perfekt. Sie brauchen auch natürlich detaillierte Regelungen und Checklisten und Nebenwirkungstools, aber diese Prinzipienthematik, die hat sich in das Gedächtnis der Leute eingebrannt. Und das Thema, das nennen wir P3, Professional Practice Policy, P3, P3, das kennt eigentlich jeder bei Novartis, was P3 ist mittlerweile nach zwei Jahren. Und das ist eigentlich schon eine wichtige Sache. Und ich komme zum Ethikkodex, wie es zusammenpasst, auch nochmal zurück. Zum Thema Menschenrechte. Habe ich schon viel dazu gesagt. Das ist ein Thema, dem wir uns nicht nur aus Pflicht stellen sollten, sondern auch aus intrinsischer Motivation, dass es ein wichtiges Thema für uns alle ist. Und Sie können damit die Reputation Ihres Unternehmens ruinieren, wenn Ihnen dort massive Sachen unterlaufen, Sie massive Themen Ihrer Lieferkette entsprechend nicht sehen. Es geht natürlich auch um die Menschenrechte im eigenen Betrieb, aber klar, bei Unternehmen, die schon bereits sehr gute Standards intern haben, geht es natürlich primär um die Lieferkette. Das ist offensichtlich. Und um die ganz schwierige Frage, positioniere ich mich ja oder nein bei gesellschaftlichen Konflikten? Ganz schwierige Frage als Unternehmen. Nehme ich in Ländern, wo es gesellschaftliche Konflikte gibt, Stellung, ziehe ich mich daraus zurück. Wenn die menschenrechtliche Lage schwierig wird oder bleibe ich im Land? Was ein ethisches Dilemma für ein Pharmaunternehmen ist, weil aus den Ländern, aus denen ich mich zurückziehe, schneide ich die Patienten von der wissenschaftlichen Innovation ab. Schlicht und einfach. Wir ziehen uns aus Ländern zurück. Das machen wir. Wir haben ein eigenes Komitee, wo wir diskutieren, in welchen Ländern können wir Geschäfte machen. Das sind sehr, sehr schmerzliche Entscheidungen. Wir liefern immer noch humanitär über die WHO und andere, aber sie schneiden Patienten von wissenschaftlichen Entwicklungen ab. Von daher, Themen der Menschenrechte sind zentral für die Unternehmen und man sollte sie möglichst praktisch und pragmatisch angehen. Es geht also um Themen, wie bringe ich Menschenrechte in eine Due Diligence-Form rein. Mache ich Assessments, also eine Art, schaue ich mir mal an, in welchem Bereich meine Lieferanten eigentlich tätig sind. Was für ein Umfeld ist das eigentlich? Gibt es dort menschenrechtliche Themen? Habe ich Partner möglicherweise, mit denen ich entsprechend zusammenarbeiten kann, um entsprechende Standards zu verbessern? Und es sind schwierige Konflikte. Während Covid-19 waren die Lieferketten ja alle enorm unter Druck und es gab in Ländern Bestrebungen der Regierungen, die gesagt haben, wir reduzieren die menschenrechtlichen Standards bewusst, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und da muss man als Unternehmen dann auch einen Standpunkt beziehen und sagen, gehe ich da mit oder gehe ich da nicht mit? Auch ein ethisches Dilemma und eine schwierige Frage. Also der Rat ist, schauen Sie mal im Unternehmen bei sich, wo ist das eigentlich angesiedelt? Wer kümmert sich drum? Ist das irgendwie operationell sichtbar? Ist es nur ein Commitment, das aber keiner nachverfolgt? Wenn das Thema kommt, ist schon da und wird auch nicht mehr gehen. Zum Thema Risikomanagement. Das ist so ein bisschen unser Dreiklang, wie wir glauben, wie wir das handhaben sollen. Denn es geht zum einen um die Erhebung der Risiken und das ist, es kann keine Papierübung sein. Das muss basierend sein auf regionalen Länderworkshops, Workshops in den Geschäftseinheiten, Funktionen. Wir haben gerade letzte Woche unseren globalen Risikoworkshop gehabt, der Abschluss zum gesamten Enterprise Risk Management Cycle, den wir jedes Jahr fahren, wo wir uns fast eine Woche Zeit nehmen, war alles virtuell, mit allen Funktionen in den großen Ländern, den Geschäften, die identifizierten Risiken zu besprechen und einzuordnen. Wie das aussieht, darauf gehe ich entsprechend gleich noch ein. Im Idealsystem, wir sind noch nicht dort, wir sind auf dem Weg zumindest, verknüpfen Sie Ihre Policies mit den Risiken. Das heißt, wo brauche ich eine Policy, eine Guideline dort, wo ich ein hohes Risiko habe. Wo ich kein hohes Risiko habe, kann natürlich mein Ansatz entsprechend sehr weit runter gehen. Und ich rede jetzt nicht nur über die klassischen Korruptionsrisiken. Ich rede genauso über Risiken im Bereich der Cybersecurity, des Qualitätsmanagements, des Datenschutzes und so weiter und so fort. Und dann das interne Kontrollsystem, das an die Policies entsprechend auch angepasst werden muss und strukturiert werden muss. Wenn man mit Risiken spricht, ist man mit Arbeit natürlich auch, und Sie wahrscheinlich alle, ist man mit diesen netten Matrixen beschäftigt und schiebt dann irgendwelche Punkte jedes Jahr hoch und runter und weiß eigentlich gar nicht, warum. Machen wir auch, weil es ist Teil auch schon des Standardprozesses. Aber was wir uns gesagt haben, ist, wir müssen das Thema Risikomanagement auch viel visibler und verständlicher machen. Auch für die Kollegen der Geschäftsleitung, auch für meinen Aufsichtsrat, der Schweizer Verwaltungsrat. Und da haben wir gesagt, wir nehmen einen neuen Begriff, wir nennen das innovatete Risikokompass und sagen ganz am Ende, wir haben eigentlich, die wir die ganze Arbeit gemacht haben, es gibt viele Unterlagen dazu, wir haben im Prinzip vier Felder in einem Kompass, wir haben die strategischen Risiken, wir haben die operationellen Risiken, wir haben kommende Risiken, Emerging Topics und Awareness-Themen, die wir nicht genau quantifizieren können, aber wir glauben, da müssen wir aufpassen. Also zum Beispiel die nächste Pandemie, mögliches Awareness-Thema. Und wenn man das entsprechend so kategorisiert und mit den Kollegen der Geschäftsleitung, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat und auf allen Ebenen bespricht, dann bleibt was hängen. Von diesem netten Matrix-System, wo die Punkte auf und runter geschoben, da bleibt nichts hängen, weil es auch einfach von den Menschen gar nicht so gut greifbar ist, so ein System. Also ein, das können Sie auch Risiko-Haus nennen oder anders nennen, aber wenn Sie Risiken darstellen wollen, vielleicht als Rat, schauen Sie, dass Sie das irgendwie auch rüberbringen, dass die Leute da noch einen Tag später wissen, was Sie eigentlich gesprochen haben. und dann, meistens ist in dem Bereich nach dem Assessment. Risiko erheben, darstellen tut jeder. Das ist auch teilweise gesetzliche Anforderungen. Was dann weniger passiert, ist die Nachverfolgung. Es fängt damit an, gibt es eigentlich für das erhobene Risiko einen Verantwortlichen oder eine Verantwortliche. Und zwar keine Abteilung, sondern gibt es da einen Namen, der dahinter steht. Ganz praktisch gibt es da einen Namen, wer für dieses Risiko im Unternehmen verantwortlich ist. Wenn es das gibt, gibt es da einen Mitigation-Plan. Also gibt es einen Plan, das Risiko, selbst wenn ich es akzeptiere, was durchaus sein kann, ich akzeptiere das Risiko, aber gibt es trotzdem einen Plan, die Risiken im Griff zu halten. Und dann, die große Kunstpläne gibt es viele, wird der Plan entsprechend auch nachgehalten. Passiert da wirklich was? Und das ist eigentlich die Hauptfrage, das verstehe ich auch sehr gut, vom Aufsichtsrat, der sagt, ich höre jedes Jahr das Gleiche von euch im Risikomanagement, aber was tut sich eigentlich? Also bewegt sich da irgendwas? Oder ist es jedes Jahr das Gleiche? Was tut ihr da eigentlich, um Risiken im Griff zu behalten? Und der Aufsichtsrat versteht ja auch, wenn es sagt, es ist ein Risiko, dass ich jetzt nicht Florida von morgen wegbekommen kann. Also jetzt das Thema Preisfindung und Zugang zu Patienten, das ist ein Risiko, das können Sie nicht morgen lösen, aber welche Maßnahmen macht ihr eigentlich, um das Thema auf dem Radar zu behalten? Deshalb haben wir das mit Ressourcen eingeführt, dass wir diese Risiken, die erhoben werden, auch der anderen Einheiten monitoren und entsprechend auch dann die Remediation nachverfolgen und dazu auch in jeder Aufsichtsratssitzung berichten. Also wenn ich im Risikoausschuss von der Wartus berichte, dann fange ich immer an und sage, wo stehen wir mit der Risikomitikierung vom letzten Jahr? Bevor wir dann auf die Risikovorträge der Geschäfte und der Einheiten kommen. Erster Vortrag, wo stehen wir? Wo bewegen wir uns? Wo fallen wir zurück? Und wo glauben wir, dass wir gut unterwegs sind? Drittparteienmanagement ist eine der komplexesten Themen überhaupt und wird völlig unterschätzt natürlich von Behörden, von Regierungen, von NGOs. Da kommen immer diese Aussagen, haben Sie ja auch gehört, das ist doch ganz einfach. Unternehmen wissen ja auch, ob ihr Kunde finanzkräftig ist. Der muss doch auch wissen, ob er sich legal verhält, Menschenrechte einhält, das ist nicht völliger Unsinn. Natürlich auch eine gute Checkliste sagt Ihnen das natürlich nicht. Das ist ja auch eine Scheinsicherheit. Darum ist bei dem Risikomanagement, haben wir uns Folgendes überlegt. Es wird immer unvollkommen sein. Also Vollkommenheit im Drittparteien-Risikomanagement ist meines Erachtens nicht zu erreichen. Und auch nicht auf der ersten Linie der Direktlieferanten. Schon dort nicht. Weil Sie müssen irgendwie einen Raster drauflegen. Was wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen im Augenblick, obwohl wir viele Rückschläge hatten, ist, dass wir eine Entscheidung getroffen haben. Wir machen ein ganzheitliches Drittparteien-Risikosystem. Davor war es so, dass die Qualitätseinheit ihr eigenes Risikomanagement gemacht hat. Die IT-Security ihr eigenes Risikomanagement gemacht hat. Oder Prüfung gemacht hat bei den Drittparteien. Datenschutz, die Antikorruptionskollegen. Alle haben ihre eigenen unabgestimmten Good-Diligence-Fragebögen gehabt, auf eigenen Systemen gearbeitet. Und das natürlich nervt. Sie bekommen nie saubere Daten und natürlich verärgern sie ihre Lieferanten rauf und runter. Also wir haben gesagt, wir machen eine Plattform. Wir bringen alle relevanten Risikofunktionen auf diese Plattform und führen diesen Good-Diligence-Prozess und Nachfolgeprozess einheitlich durch. Wir hatten viele Rückschläge. Wir haben auch System-Sites gesehen, dass es auch in den Systemen, es gibt kein ideales System, es nicht durchweg gut funktioniert. Aber wir kommen da, glaube ich, hin, dass wir zumindest sagen können, und ich habe das auch intensiv in den USA diskutiert, mit dem Justizministerium und der Börsenaufsicht im Juli. Ich habe gesagt, wie ist dann eure Risiko-Appetheide als Behörden? Also verlangt ihr 100 Prozent? Sagen die, nein? Wir, kann man ja auch lesen, denn DOJ-Guidelines, die sind durchaus risikobewusst und sagen, das ist klar, dass ihr von euren chinesischen Lieferanten nicht alle jeden Tag kontrollieren könnt. Was wir wollen, ist ein nachvollziehbarer, systematischer Ansatz. Und wenn was passiert, sagt es uns eben relativ rasch, dass es keine böse Überraschung gibt. Aber wir akzeptieren, dass ihr im Drittparteien-Management keine hundertprozentige Compliance erreichen könnt. Aber ein ganzheitlicher Ansatz, ein systembasierter Ansatz und ein Ansatz, der auch auf Nachverfolgung Wert legt. Man kann nicht jeden Lieferanten auditieren. Das ist unmöglich. Aber man kann einige auditieren. Man kann risikobezogen auditieren. Keiner hat unbegrenzte Ressourcen. Aber es muss, verstehen Sie, ein systematischer Ansatz sein. Wenn Sie nur sagen, ich habe eine Audit-Klausel, eine Revisions-Klausel im Vertrag, dass es mir das Recht gibt, einen Lieferanten zu auditieren, dann machen Sie das nie. Das ist der größte Fehler, den Sie machen können. Sie sehen hier nochmal die ganzen Themen, die wir im Risikomanagement entsprechend drin haben. Und natürlich ist es eine Maschinerie. Wir haben mittlerweile bis zu 1,3.000, also 1.100 Supplier, die wir jedes Jahr, jeden Monat entsprechend da durchschieben. Natürlich muss es auch von der Zeit her schneller gehen. Es ist völlig inakzeptabel, dass Sie da 60 Tage das Geschäft warten lassen müssen, eine Freigabe-Aberteilung. Das muss viel, viel schneller gehen. Sonst verlieren Sie das Vertrauen natürlich des Geschäfts in den Prozessen. Dann gibt es sofort Umgehungshandlungen. Sofort Umgehungshandlungen. Von den systematischen Aussagen her will ich eigentlich vor allem auf das Mittlere gehen. Das Thema Business Owns the Risk ist ein schwieriges. Wissen Sie alle, weil sobald Sie Drittparteien Compliance machen, heißt das, das ist euer Problem, als Compliance-Leute. Wir wissen alle, das Geschäft ist der Risikoinhaber, aber das ist eine schwierige Diskussion. Technisch was wichtig ist, dass man sicherstellen muss, no risk assessment, no contract. Man muss versuchen, die Systeme so zu machen, dass bevor der Vertrag geschlossen wird, ein risk assessment durchläuft. Schwierig, verschiedene IT-Plattformen, dauernde M&E, Wechsel im Unternehmen, aber das ist von der systematischen Herangehensweise, wenn Sie das von einem Greenfield machen können, ein wichtiger Startpunkt. Speak-up-Office und Ethik-Colice, bevor ich dann zu den Fragen, als Diskussion mit Ihnen komme. Wir haben das bewusst Speak-up-Office genannt, das ist jetzt auch nur ein Titel, da muss was dahinter stehen, weil wir gesagt haben, das Speak-up-Office, was unsere internen Untersuchungen koordiniert und die Beschwerden intern wie extern aufnimmt, also wir haben sowohl externe Meldemöglichkeiten wie interne Meldemöglichkeiten, soll ein Platz sein, wo sich Leute sicher fühlen, ihre Beschwerden vorzubringen. Das machen sie auch. Wir haben rund 2000 Hinweise jedes Jahr, das können Sie alles nachlesen, im Novartis & Society Report berichten wir detailliert über die Anzahl der Speak-up-Fälle. Dann sind es natürlich viel weniger interne Untersuchungen, das wissen Sie alle am besten, natürlich, wenn Sie filtern, filtern, vieles geht an die Personalabteilung, da muss man auch schauen, dass die keinen Unsinn damit machen, sondern sie sauber nachhalten. Es gibt dann bei uns etwa pro Jahr rund 150 bis 200 klassische Full-Blown-Compliance-Untersuchungen mit den entsprechenden Prozenten und Zahlen, die Sie auch schon gehört haben, heute Morgen. Wir haben auch, wie die meisten Unternehmen, wahrscheinlich eine Quote von rund 50 Prozent, da fällt es sich bestätigen. und glücklicherweise einen relativ hohen Anteil von Diskussionen war ja vorhin bei Ihnen da, von externen und internen, die auch Ross und Reiter auch persönlich nennen, also jetzt nicht anonym bleiben, aber wir geben auch die Möglichkeit, anonyme Meldungen. Das ist weiterhin entsprechend Bestandteil. Wir arbeiten dort zusammen als Speak-up-Office, was bei mir sitzt, mit der Rechtsabteilung, mit der Unternehmenssicherheit und der Personalabteilung bei der Abarbeitung und den lokalen Ethikrisiko und Komplar-Eins-Kollegien, Kolleginnen und Ländern, je nach Bedeutung des Vorfalles. Wir haben, das war eigentlich eine ganz erfolgreiche Sache, relativ easy, machen das sicher alle auch schon, das haben wir bei Novartis früher nie gemacht. Wir haben einfach mal auch ganz prominent diesen Prozess in der internen Untersuchung veröffentlicht im Unternehmen. Wirklich ganz prominent auf die interne Homepage, dass jeder Mitarbeiter, das wirklich sehen, auch sehen kann. Das ist ja kein Nobelpreisverdächtiges Thema, aber hat eine große, ja, jetzt haben wir Transparenz, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen auch, wer dahinter steht und wir achten durch stark darauf, dass es soweit möglich einen Dialog gibt zwischen dem Hinweisgeber und Hinweisgeberin und den Kollegen im Speak-up-Office. Das sind so die Kategorien, die wir haben, natürlich hier eine ganz besonders schwierige, das muss ich nicht besonders darauf eingehen, die wir entsprechend auch messen, berichten und aber auch, glaube ich, nichts, was jetzt Sie wahnsinnig entsprechend überraschen wird. So, kurzes Video zum Ethik-Kodex. und Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist die Grundidee gewesen, die wir gemacht haben. Es gibt den Codex wirklich als Codex, den man in der Börsenaufsicht vorlegen kann, bestehend aus vier Prinzipien, die wir gemeinsam mit tausenden Mitarbeitern in virtuellen Settings entwickelt haben. Das waren diese vier ethischen Grundthemen, die wir entwickelt haben mit diesen Fragen entsprechend darunter. Und auf diesen vier ethischen Grundprinzipien basieren dann die jetzt mittlerweile 23 ethischen Commitments, Zusagen, die wir in Unternehmen geben. Und die haben wir auch alle mit den Mitarbeitern entwickelt. Also wir haben gedacht, was wollt ihr lesen? Klar, die Korruption, Kartellrechte, aber Themen wie Menschenrechte, Themen wie Diversity and Inclusion, das ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft natürlich. Und alle so in den Codex kommen, die kommen aufgebaut mit dem Commitment und warum das Commitment schlicht und einfach wichtig ist. Das ist so der Aufbau des Ethik-Kodex. 23 Commitments entwickelt über ein Jahr mit, im Prinzip mit dem gesamten Unternehmen. Und das ist das große, auch mein persönliches Learning aus der Verhaltenswissenschaft. Die Entscheidungsfindung wird ganz wesentlich getrieben durch unsere eigenen Vorteile, Hemmnisse, Englisch-Biases, dem Umfeld, in dem wir leben. Und wenn man in diesen ethischen, in diesen Decision Explorer geht, wo man einem ethisches Dilemma gegenspiegeln kann, also mein Nummer eins ist immer die Overconfidence. Das ist bei mir immer das, was immer als Nummer eins rauskommt. Ich glaube einfach, ich weiß es und halte mich dafür zu sicher, um Entscheidungen zu treffen. Und das darf haben wir einen ganz, ganz großen Wert gelegt in der Entwicklung des Ethik-Kodex. Und ein guter Leader, der ist ehrlich und sagt, ach dann, eigentlich fühle ich mich gar nicht komfortabel, so etwas offen zu diskutieren. Weil es geht uns nämlich allen so. Es ist ganz, ganz schwierig, ethische Dilemmas zu diskutieren. Und darum haben wir versucht, um diesen Kodex Hilfen aufzubauen, die genau diese Schwierigkeit adressieren. Ein kleiner Case-Start ist, um einen Workshop zu starten, Hilfe fürs Mittelmanagement im ethischen Dilemmas zu adressieren. Nochmal, es geht nicht um Lösungen, es geht um die Frage, wie adressiere ich sowas. Wir haben es in unseren Einstellungsprozess eingebaut. Wir haben diese Themen, unsere Interview-Leitfäden für Leute eingebaut, die sich bei Jobs bei Novartis bewerben. Wir glauben, wir müssen das Thema eigentlich schon bei der Einstellung aufgreifen und nicht erst im Onboarding mit dem ersten Training. Das ist so das System. Ich werde dann bei der nächsten Konferenz, die ja schon angekündigt worden ist, im Oktober mehr dazu sagen, wie wir das genau gemacht haben, auch zu unserem großen Survey, den wir Anfang des Jahres gefahren haben, unserem Ethical Baseline Survey, wo wir unglaublich spannende Ergebnisse nach der Implementierung des Code of Essex von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen haben. Und abschließend, bevor es in die Fragerunde geht, Sie müssen das Thema am Leben halten. Und wir haben jetzt gerade vor wenigen Tagen unsere Ethik-Risiko-Compliance weltweite Woche gehabt in Novartis. Und da wollte ich Ihnen noch ein paar Bilder zeigen. Hi, everyone, and welcome to ERC Week. Wow, let's get it started. Finding medicines that matter for patients and get them distributed with broad access around the world is the core. Alongside that, continuing to be a leader on ethics, risk, and compliance topics, which almost is the basics. Patient's voice has become way more powerful. At Novartis, we want to use AI in the most responsible way, in ethical way, and we would like to empower humanity. It needs to be the inspirational catalyst to put the right, sometimes difficult question on the table. You need the voice of the people and efforts of the people who are like-minded, who work with the highest integrity, to make sure that we are doing what we need to do for the patients to reach our medicines in a timely way. It's an opportunity here at Novartis to bring that voice into what we do in the development of our medicines. I'm super proud of this. We took on and accepted that challenge to try to find ways to assist patients. It's not science fiction. It's science in action. It's how we are changing the standard of care. I think without you, we can't achieve what we want to achieve. We have to take into account that integrity is not a state. It is an act. We work at a company whose core product is medicine, and we are helping people realize the human right to health. Let's get into it. Thank you. Thanks a lot. We have reached virtual very many people, but we have to take them away from the ERC-VIC team. We have tried this year with the ERC-VIC team, people with fun, with sports, with our CEO, who they have seen, to take them away from us. We have had, who you know, Delia Ferrara, the Global Chair of Transparency International, who is also very critical as a company. Und das ist vielleicht abschließend einfach auch wichtig, dass man als Funktion, als Compliance-Funktion, ERC-VICT zeigt im Unternehmen und versucht, die Brücken zu schlagen. Vielen Dank fürs Zuhören, dann gehen wir zu den Fragen über. Vielen Dank fürs Zuhören, dann gehen wir zu den Fragen über. Vielen Dank fürs Zuhören, dann gehen wir zu den Fragen über.